In dieser Episode erkläre ich die 10 tödlichsten Flugshow-Katastrophen. Wir starten mit einer Tragödie, verursacht von einem Piloten, der nie hätte fliegen dürfen. Bleiben Sie dran, um am Ende eine erschütternde Wahrheit über eine kaum bekannte, verheerende Flugshow-Katastrophe zu erfahren. Ich bin Hoover, willkommen zu Ihrer Piloten-Nachbesprechung. Ohne feste Reihenfolge beginnen wir 1972 in Sacramento, Kalifornien, am letzten Tag der Golden West Sport Aviation Show. Richard Bingham steuerte eine F-86 Sabre, hatte jedoch trotz über 2500 Flugstunden kaum Erfahrung mit diesem Flugzeugtyp. Er war extrem selbstsicher, denn die Untersuchung ergab, dass er seinem Fluglehrer sagte, er habe das Gefühl, das Flugzeug nach nur zwei Stunden am Steuer bereits gemeistert zu haben. Das Ironische an der Flugshow war, dass Richard gar nicht eingeplant war, um aufzutreten. Er war lediglich eingeflogen, um das Flugzeug als Standmodell zu präsentieren und niemand erwartete eine Tragödie, als er sich auf den Abflug vorbereitete und was eigentlich ein routinemäßiger Start hätte sein sollen. Als er zum Start rollte, bat er darum, eine längere Startbahn nutzen zu dürfen, doch ihm wurde gesagt, dass es zu einer Verzögerung kommen würde. Also entschied er sich dafür, von Startbahn 30 abzuheben. Diese Startbahn war 300 Meter kürzer und wies direkt auf eine Eisdiele. Die Entscheidung, kurzfristig die kürzere Startbahn zu wählen, bahnte den Weg für das Unglück. Als Richard startete, kämpfte die F-86, hob zweimal ab und sank zurück. Richard spürte eine Vibration beim Abhebeversuch, brach aber den Start nicht ab, sondern flog weiter. Die Untersuchung ergab später, dass das Flugzeug in Ordnung war. Er hatte zu früh zum Rotieren angesetzt, was ohne genügenden Luftstrom über den Flügeln die Vibration verursachte. Richard fehlte das Wissen, um die Situation richtig einzuschätzen. Er konnte nicht an Höhe gewinnen, überrollte das Ende der Startbahn, prallte gegen einen Wall und durchbrach einen Maschendrahtzaun. Die externen Treibstofftanks des Flugzeugs rissen auf, entzündeten sich und erzeugten eine gewaltige Feuerkugel. Der Jet, nun ein unkontrollierbares Inferno, raste mit fast 240 Kilometer War über die Straße, kollidierte mit einem Auto, tötete dessen zwei Insassen sofort, bevor er in Farrells Eisdiele krachte und in einer katastrophalen Zerstörung zum Stehen kam. Die Folgen waren verheerend. 22 Menschen starben, darunter zwölf Kinder. Ironischerweise überlebte Richard den Absturz, obwohl er das Flugzeug nie hätte steuern dürfen. Die folgende verheerende Flugshow-Katastrophe ereignete sich 1973, als über der Pariser Luftfahrtschau ein dramatisches Duell zwischen der Sowjetunion und Frankreich entbrannte. Im Mittelpunkt stand der Wettstreit um die Entwicklung von Überschallpassagierjets, wobei die britisch-französische Concorde gegen die sowjetische Tupolev 2-44 konkurrierte. Die 2-154-40, stolz der UDSSR, hatte ihren ersten Überschallflug vier Monate vor der Concorde absolviert. Bei der Show flog ein erfahrener Pilot, Michael Koslow, mit seiner Crew die 2-144-44. Vor dem Absturz hörte man den Piloten sagen, wartet bis ihr uns fliegen seht, dann erlebt ihr was. Am Tag der Show hatte die Concorde bereits einen beeindruckenden Hochgeschwindigkeits-Vorbeiflug mit Steigflug absolviert. Einige Zuschauer fanden die Darbietung jedoch glanzlos, was Gerüchte anheizte, dass der sowjetische Pilot entschlossen sei, die Concorde zu übertrumpfen. Als die 2-144 aufstieg, versuchte sie ein ähnliches Manöver. Der renommierte Pilot Bob Hoover, eine Luftfahrtlegende, bezeugte das Ereignis und bemerkte, der 2-144-Pilot habe das Flugzeug so steil hochgezogen, dass ein Wiederfangen unwahrscheinlich schien. Tragischerweise kam die 2-144 in etwa 600 Metern Höhe ins Trudeln und stürzte ab. Die Untersuchung des Absturzes förderte die Theorie zutage, dass ein französisches Mirageflugzeug, das angeblich Spionagebetrieb, den sowjetischen Piloten zu dem riskanten Manöver verleitet haben könnte. Frankreich leugnete zunächst die Präsenz der Mirage, doch später wurde diese bestätigt. Es besteht die Vermutung, dass der sowjetische Pilot, obwohl keine Kollisionsgefahr vorlag, überrascht und zu einer Überreaktion verleitet wurde. Im verzweifelten Versuch, den steilen Sturzflug abzubrechen, riss der Pilot das Steuer an sich, doch es war bereits zu spät. Die Maschine zerbrach in der Luft, vermutlich wegen der enormen Belastung der Struktur. Die Trümmer zerstörten beim Aufprall 15 Häuser und töteten alle sechs Crewmitglieder sowie acht Personen am Boden. 60 weitere wurden schwer verletzt. Wir wenden uns nun einer weiteren Flugshow-Katastrophe in England zu, bei der ein Pilot nach dem Absturz seines Hawker-Hunterjets auf einer Autobahn während der Shoreham Flugshow 2015 wegen Totschlags angeklagt wurde. Jener Vorfall betrifft Andy Hill, einen erfahrenen Piloten mit über 12.000 Flugstunden, darunter als ehemaliger Ausbilder der Royal Air Force and Captain by British Airways. Andy sollte in der Show eine gebogene Schleife fliegen, ein komplexes Manöver, bei dem das Flugzeug erst in eine Schleife aufsteigt und dann spiralförmig absteigt. Es startete mit einem tiefen Überflug entlang der Landebahn, gefolgt von einer Wende für einen weiteren Überflug. Doch die Ausführung wich tödlich von der Norm ab. Für ein erfolgreiches Manöver sind genügend Höhe und Geschwindigkeit nötig. Die Untersuchung zeigte jedoch, dass Andy in nur etwa 56 Metern Höhe begann, weit unter den empfohlenen 152 Metern. Andy benötigte beim Steigflug eine Geschwindigkeit von mindestens 350 Knoten bei voller Leistung. Doch er flog nur mit 310 Knoten und weniger als voller Kraft, als das Flugzeug aufstieg. Am Scheitelpunkt der Schleife sollte Andy prüfen, ob er genügend Höhe und Geschwindigkeit hatte, um die zweite Hälfte der Schleife zu vollenden. Andernfalls müsste er das Manöver abbrechen. Das Ziel, das er anstreben sollte, waren 4000 Fuß bei 150 Knoten. Aber stattdessen erreichte Andys Jet den Scheitelpunkt bei gerade einmal 3000 Fuß und 105 Knoten. Das bedeutete, dass es physisch unmöglich war, die Schleife zu beenden. Aber das hielt ihn nicht davon ab, es zu versuchen. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Andy zog verzweifelt und mit aller Kraft am Steuer um den Boden zu meiden. Doch es war zu spät. Sein Hawker Hunter Jet stürzte in steiler Nase-Obenhaltung auf eine belebte Autobahn und explodierte in einem riesigen Feuerball, der mehrere Autos verschlang. Elf Menschen starben und 16 wurden bei diesem verheerenden Vorfall verletzt. In der Folge Stand Andy Hill Wagon Totschlikes vor Gericht wurde aber freigesbruschen. Die Shoreham Air Show, wo sich das Unglück ereignete, wurde seither nicht mehr veranstaltet. Dies war jedoch nicht die tödlichste Flugshow-Katastrophe im Vereinigten Königreich, wie wir später sehen werden. Bevor wir die nächste Katastrophe in Großbritannien betrachten, blicken wir auf eine Tragödie zurück, die sich am 26. Juli 1997 bei der Flugshow in Austin, Belgien, ereignete. Der Himmel wurde zur Bühne eines fatalen Unfalls mit Hauptmann Oma Belal von der Royal Falcons Vorführstaffel der jordanischen Luftwaffe. Er absolvierte eine Solodarbietung in einer Walter Extra EA 300, einem zweisitzigen, einmotorigen Kunstflugzeug, entworfen vom deutschen Piloten und Konstrukteur Walter Extra. Besonders interessant an diesem Unglück ist, dass die Absturzdetails mysteriös bleiben. Die verfügbaren Informationen aus wenigen Onlineberichten und unbestätigten Quellen malen ein Bild eines von Ehrgeiz und Risiko bestimmten Wettbewerbs. Angeblich waren vier Piloten, einschließlich Hauptmann Belal, im Wettbewerb auf der Flugshow um die begehrte Mission Impossible Trophäe. Hauptmann Belal war der Letzte, der auftrat, und die Nachrichtenberichte deuteten darauf hin, dass während seiner Vorführung ziemlich böige Oberflächenwinde herrschten. Wir wissen, dass der Pilot einige Drehmanöver in sehr niedriger Höhe und fast direkt über dem Publikum durchführte. Die beliebteste Theorie ist, dass er während dieser Drehungen die rämliche Orienteerung Valor und seine Maneuver fortsetzte, während die böigen Winde sein Flugzeug über die Menge drückten, während der Vorführung ging das Flugzeug in einen steilen Sturzflug über, und der Grund dafür ist immer noch unklar. Die Zeugenaussagen dazu sind unterschiedlich. Manche mutmaßten, er habe eine Schleife fliegen wollen. Andere vermuteten Triebwerksversagen. Einige dachten, er habe die Geschwindigkeit unterschätzt und den Bug gesenkt, um sich zu fangen. Unabhängig vom Grund des Sturzflugs, er war zu tief und über der Menge. Ohne Chance zur Korrektur stürzte das Flugzeug in die Zuschauer und zerschellte ironischerweise neben einem Erste-Hilfe-Zelt des Roten Kreuzes. Es ging in Flammen auf, der Pilot und neun Zuschauer starben, 60 wurden schwer verletzt durch herabfallende Trümmer und Feuer. Die Flugshow in Austin fand danach nie wieder statt. Und das nächste tödliche Flugshow-Unglück, das wir uns ansehen werden, könnte Ihnen bereits bekannt sein, denn es ist das zweittödlichste Flugshow-Unglück der Welt. Deshalb möchte ich versuchen, Ihnen einige Dinge zu erzählen, die Sie vielleicht noch nicht über den Flugtagunfall von Rammstein im Jahr 1900 Why do you know when you are?s wissen. An jenem schicksalhaften Tag kollidierten drei Piloten des italienischen Kunstflugteams der Luftwaffe während eines Durchstoßmanövers. Während ihrer Wurführung stürzten sie vor und in einer Menschenmenge von fast 300.000 Zuschauern zu Boden. Der leitende Pilot, verantwortlich für den Absturz, war Oberstleutnant Evo Nuttarelli, Rufzeichen Pony 10. Er war der Älteste im Team und hatte über 4000 Flugstunden. Und er hatte das Herz-Durchstoß-Manöver in seiner Karriere bereits 70 Mal durchgeführt. Doch ein einziger Fehler genügte, um diese Tragödie zu verursachen. Am Tag des Unglücks, als sie das Manöver begannen, teilten sich fünf Jets nach rechts auf, um die eine Seite des Herzens zu formen, und vier Jets drehten nach links, um die andere Seite zu bilden. Die beiden Formationen sollten sich vor dem Publikum in nur 40 Metern Höhe durchkreuzen, wobei der Solokünstler Nuttarelli das Herz durchsticht. Das einzige Problem war, dass Nuttarelli seine Schleife zu hoch vollendete. Um dies zu korrigieren, erhöhte er den Winkel seines Sturzflugs und leider führte dies dazu, dass er zu schnell wurde. Er versuchte, mit der Luftbremse abzubremsen, zog so fest wie möglich zurück, wodurch die Belastung des Flugzeugs auf das Zehnfache der Erdanziehungskraft stieg und das 7G-Limit überschritt, doch es reichte nicht. Sein Jet streifte Pony 2, zerstörte das Cockpit und tötete den Piloten sofort. Pony 2s Maschine zerbrach, verteilte brennende Trümmer über die Landebahn. Nuttarellis Jet kollidierte mit Pony 1, zertrümmerte dessen Heck. Der Aufprall tötete Nuttarelli und schleuderte sein brennendes Flugzeug durch den Himmel. Pony 1 katapultierte sich, war aber zu tief, der Fallschirm öffnete sich nicht und der Pilot starb beim Aufprall auf die Landebahn. Die Menge, im absoluten Schockzustand, beobachtete, wie Nuttarellis Jet heranraste und nur 50 Meter vor der ersten Reihe zu Boden ging, wobei 300 Gallonen Kerosin in Flammen aufgingen. Das brennende Flugzeug schlitterte in die Zuschauermenge, kollidierte mit einem Eiswagen und forderte das Leben von 70 Menschen, während 346 schwere Verletzungen davontrugen. Die nächste verheerende Flugshow-Katastrophe ereignete sich 1952 bei der Farnborough Airshow, die als die tödlichste in der Geschichte des Vereinigten Königreichs angesehen wird, John Derry, einer der führenden Testpiloten Großbritanniens, und sein Flugtestbeobachter Anthony Richards stürten den Prototyp des Dehavillan DH, Herrn C. Kampfjetzt, ein Symbol für die neue Ära, in der Kampfjetzt die Schallmauer durchbrachen. Johns Darbietung auf der Show war ein beeindruckendes Zeugnis dieses neuen Zeitalters der Geschwindigkeit. Er brachte das Flugzeug auf schwindelerregende 40.000 Fuß, stürzte dann in einen Sturzflug, beschleunigte massiv und durchbrach die Schallmauer, während er sich dem Zentrum der Show näherte. Als er sich der Menge näherte, verlangsamte er seinen Flug. Der Jet donnerte in etwa 300 Metern Höhe über die Zuschauer und die verzögerten Überschallknalle trafen ein, schickten eine Schockwelle durch die Anwesenden. Nachdem er außer Sicht war, bereitete sich John auf einen weiteren Hochgeschwindigkeitsüberflug vor, diesmal mit rund 965 kmh. Doch beim Versuch, eine Rechtskurve im Steigflug zu fliegen, offenbarte sich ein katastrophaler Konstruktionsfehler. Die Pfeilflügel des Jets positionierten die Querruder weit hinter dem Schwerpunkt, was ein Verdrehen der Flügelpaneele verursachte. In Sekundenbruchteilen zerbrach das Flugzeug in der Luft. Das Cockpit mit beiden Crewmitgliedern stürzte nahe der Landebahn ab. Verletzte mehrere Zuschauer schwer. Ein Triebwerk fiel harmlos zu Boden. Das andere raste in eine Zuschauergruppe und verursachte die meisten Todesopfer des tragischen Unfalls. Bei dieser Katastrophe starben 31 Menschen und 60 wurden verletzt. In einem seltenen Fall, wo nicht Pilotenfehler die Ursache war. Im Gegensatz dazu führte 1995 in Toronto ein verheimlichter Pilotenfehler bei einer Flugschau zu einem tödlichen Ausgang und kostete mehrere Leben. Flugleutnant Dom Gilbert, ein erfahrener Pilot der Royal Air Force, leitete seine siebenköpfige Crew in einem Nimrod-Flugzeug zur Canadian International Air Show. Geplant war eine viereinhalbminütige Routine, die als einfach galt, da sie größtenteils bekannte Manöver beinhaltete, die seit fast 20 Jahren den Nimrod präsentierten. Doch bei dieser Vorstellung sollten zwei Dinge anders sein. Gilbert hatte zuvor bei einer Flugschau einen schweren Fehler gemacht, als er bei einer Hantelkurve versehentlich über die Zuschauer flog. Das Schockierende ist nicht, dass er einen Fehler machte, sondern dass dieser nicht gemeldet wurde, wie es hätte sein sollen. Es gab kein Briefing, bei dem er aus dem Fehler hätte lernen und ein Training erhalten können, um ihn künftig zu vermeiden. Gilbert entschied eigenmächtig, bei der nächsten Vorführung die Motorleistung zu drosseln und enger zu kurven, um nicht über die Zuschauer zu fliegen. Jeder Pilot weiß, langsames Fliegen und stärkeres Ziehen für schnellere Wendungen sind ein Rezept für Strömungsabriss. Doch bevor wir darauf eingehen, das Zweite, was Gilberts Vorstellung anders machte, war seine Einstellung. Am Tag vor dem Absturz sagte er in einem Interview, sein Plan sei, die Leistungsgrenzen des Flugzeugs auszureizen. Leider führte dies zur Katastrophe. Am Tag der Vorführung beinhaltete Gilberts Routine zwei gefährliche Hantelkurven. Bei diesem Manöver entfernt sich das Flugzeug von der Vorführungslinie, steigt auf etwa 300 Meter auf, um dann eine Kurve in die Gegenrichtung zu fliegen und wieder hinabzusteigen. Die erste Kurve gelang wie geplant, gefolgt von einem langsamen Vorbeiflug. Aber als Gilbert die zweite Kurve ansetzte, stieg die Flugzeugnase auf 24 Grad und durch die reduzierte Motorleistung fiel die Geschwindigkeit am Steigflug Apex schnell auf 122 Knoten, weit unter den empfohlenen 150 Knoten. Beim Sinkflug führte die Kombination aus niedriger Geschwindigkeit und steigender Gehkraft von bis zu 6 G dazu, dass das Flugzeug ins Trudeln geriet. Die Nase kippte steil abwärts und der Rollwinkel erreichte 85 Grad. Trotz eines verzweifelten Versuchs mit voller Leistung zu steigen, waren sie zu niedrig. Das Flugzeug stürzte ins Wasser, wobei alle sieben Besatzungsmitglieder sofort starben. Die Untersuchung zeigte, dass Leutnant Gilbert allein für den Unfall verantwortlich war. Die nächste verheerende Flugshow-Katastrophe fand 2011 in den USA bei den Renault-Luftrennen statt. Diese Tragödie war einzigartig, da sie nicht durch Pilotenfehler, sondern durch unvorhergesehene mechanische Ausfälle verursacht wurde. Im Mittelpunkt stand der Galloping Ghost, eine modifizierte P-i-150s Mustang, die leichter und schneller gemacht worden war. Leider beeinträchtigten diese Veränderungen seine Stabilität. Der 74-jährige Pilot Jimmy Leeward war sehr erfahren und nahm seit den 1980er Jahren an Luftrennen teil. Er war in ausgezeichneter Verfassung und hatte sich intensiv auf das Rennen vorbereitet. Eine Modifikation am Flugzeug betraf das Höhenruder-Steuersystem der P-51, eine entscheidende Komponente zur Steuerung der Nick-Bewegung. Die Unfalluntersuchung förderte ein Foto zu Tage, das ein Zuschauer kurz vor dem Absturz aufnahm. Darauf war zu erkennen, dass die linke Trimmklappe des Höhenruders fehlte. Über die Jahre hatte sich die Trimmklappe im Flug bewegt, wodurch ihre Sicherungsmuttern, die seit 1985 nicht ersetzt worden waren, allmählich abgenutzt wurden. Dies führte dazu, dass die Schrauben im Flug Spiel hatten und wackeln konnten, was Risse verursachte, die über Jahre unentdeckt gewachsen waren. Während des Qualifikationslaufs bemerkte Jimmy, dass etwas mit den Trimmklappen des Höhenruders nicht stimmte. Die Wartungsmannschaft sah sich das an und entdeckte und reparierte die lockeren Schrauben an der rechten Trimmklappe, aber sie kümmerten sich nicht darum, die linke zu überprüfen. Beim nächsten Rennen schien alles normal, bis Jimmy mit seiner P-51, während einer der runden Turbulenzen von einem anderen Flugzeug vor ihm abbekam. Als er versuchte, seinen Kurs zu korrigieren, geschah das Unglück. Die vernachlässigte linke Trimmklappe versagte, ihr Verbindungsglied brach unter der Belastung und die Trimmklappe drehte sich weit über ihre normale Nase nach oben Position hinaus. Durch einen Defekt geriet die P-51 Mustang in einen unkontrollierbaren Steigflug mit einer Beschleunigung von 17,3-facher Erdanziehungskraft, was ein Mensch nicht überleben kann. Pilot Jimmy verlor das Bewusstsein. Kurz vor dem Höhepunkt des Steigflugs löste sich die Trimmklappe und die P-51 stürzte ab, zerschellte vor den Tribünen, tötete Jimmy und zehn Zuschauer sofort und verletzte mindestens 69 weitere. Die nächste tödliche Flugshow-Katastrophe war 2002 in der Ukraine, doch dies ist nicht die letzte auf unserer Liste. Diese Katastrophe war umstritten, da manche eine Vertuschung vermuten, um die Mächtigen zu schützen und die Piloten zu beschuldigen. Ich möchte Ihre Meinung hören, nachdem Sie die Geschichte erfahren haben. An einem Samstag im Juli sollte eine ukrainische Su-27 bei der Flugshow auftreten. Der Kampfjet wurde von Wladimir Topinar und einem anderen Piloten namens Yuri Agorov geflogen. Angeblich wurde darum gebeten, dass die Piloten mehr Training erhalten, um sich auf die Show vorzubereiten, da sie das Gefühl hatten, die von ihnen verlangten Manöver seien zu fortgeschritten. Doch diese Bitte wurde abgelehnt, weil die Regierung sagte, es wäre zu teuer. Allerdings berichteten einige Zuschauer der Show, dass sie diese beiden Piloten genau dieselben Manöver bei anderen Flugshows hatten ausführen sehen. Daher ist es unklar, wie es wirklich um ihr Erfahrungsniveau bestellt ist. Eines ist sicher. Die Piloten gaben Funksprüche ab, in denen sie ihre Verwirrung über die Lage der Zuschauergrenze äußerten. Angeblich hatten sie zwar eine Karte erhalten, aber die Karte stimmte nicht mit dem tatsächlichen Layout der Flugshow überein. Während die Piloten ihre Vorführung durchführten, versuchten sie, ein Split-S-Manöver zu fliegen. Dabei rollen sie das Flugzeug kopfüber und stürzen dann auf den Boden zu, um die untere Hälfte einer Schleife zu vollenden. Als sie sich dem Boden näherten, setzten sie ihren Drehflug fort, streiften jedoch einen Baum, bevor sie auf den Asphalt aufschlugen, und vier Reihen Stacheldraht mit sich rissen, der über die Zuschauer hinwegfegte. Der Jet prallte in die Tribünen und explodierte in Flammen, wodurch Metalltrümmer in die Menge geschleudert wurden. Beide Piloten katapultierten sich aus, nachdem sie den Boden berührt hatten und überlebten. Sie wurden sofort für den Absturz verantwortlich gemacht. Pilot Topana erhielt 14 Jahre Gefängnis, Jagorov 8 Jahre. Details der Untersuchung blieben geheim. 77 Zuschauer starben, 543 wurden verletzt. Eine weitere tödliche Flugshow-Katastrophe fand 1951 in Flagler, Colorado statt, verursacht von einem unqualifizierten Piloten, der nie hätte fliegen dürfen, geschweige denn in einer Show auftreten. Zu jener Zeit waren Flugshows ein relativ neues Phänomen. Die Zivilluftfahrtbehörde, heute als FAA bekannt, zweifelte an ihrem öffentlichen Nutzen, sofern nicht höchste Sicherheitsstandards eingehalten würden. Für die Genehmigung der Show mussten strenge Auflagen erfüllt werden, wobei drei neue besonders ins Auge fielen. Erstens durften Flugzeuge weder in Richtung noch über die Zuschauer oder näher als 150 Meter an sie heranfliegen. Zweitens war ein verpflichtendes Briefing für alle Piloten vorgeschrieben, um Regeln und Ablauf zu klären. Drittens mussten Kunstflugmanöver mindestens 150 Meter über dem Boden enden. Luftwaffenleutnant Norman Jones sollte seine Tudor-Maschine in der Show präsentieren. Leutnant Jones verfügte über rund 2500 Flugstunden, die er jedoch ausschließlich in Leichenflugzeugen absolviert hatte, ohne Aufzeichnungen über akrobatische Flugerfahrung mit kleinen Maschinen. Der Organisator der Flugshow hatte Jones nur wenige Tage vor dem Event getroffen und ihm aufs Wort geglaubt, als er sagte, er könne die Kunstflüge ausführen. Beweise legten nahe, dass Jones einzige Erfahrung mit dem Flugzeugtyp ein halbstündiger Flug am Vortag der Show war. Er plante die Manöver auf dem hin 77 Kilometer langen Flug von Denver nach Flagler am Showtag zu üben, doch es gab keine Belege, dass er dies tat. Jones startete verspätet aus Denver und sollte direkt nach Ankunft in Flagler seine Vorführung starten, ohne Zeit für ein Sicherheitsbriefing und die Showregeln. Bei seiner Vorführung flog er nur 45 Meter hoch und 30 Meter vom Publikum entfernt über die Landebahn. Er begann einen Rollenflug nach rechts und als er über Kopf war, sank die Nase zu stark und das Flugzeug drehte sich um ca. 30 Grad zu den Zuschauern. Beim Versuch, das Rollen zu stoppen, streifte die linke Tragfläche den Boden und das Flugzeug zerbrach, wobei Leutnant Jones und 19 Zuschauer, darunter 13 Kinder, starben. Dies war damals die schlimmste Flugschaukatastrophe. Solche Tragödien mahnen an die Risiken des Fliegens. Jeder Unfall führte zu neuen Sicherheitsvorschriften zum Schutz von Darstellern und Publikum. Wenn Sie aus dieser Piloten-Nachbesprechung etwas lernen, sehen Sie sich weitere Inhalte auf dem Kanal an. Bis zum nächsten Mal. Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017